Ich reiße ihn immer raus. Nö. Hat keine Lust. So faul. War mir fast schon klar. Sonst mach ich das auch mal, du Arsch. Haben ja nur gerade keine Schaufel gemacht. Na ja, sagen alle. Ja, ja, du mich auch, nisch. Kaninchen... Ja. Boah, war Fallen. Kacknickel. Nein, Kacknickel. Kacknickel. Hm, Kacknickel. Brennt. Brennst du denn schon wieder ab? War nix. Ja, du holst Holzkohle. Fackst doch schon wieder die halbe Welt ab. Ich fack dir die halbe Welt ab? Nicht du? Ich hab das nie gemacht. Ich würde das nie tun. Nein. Wie komm ich denn wieder darauf? Ach ja, weil ich das ja gerne mache. Ja. Boah, sechs Dinger kostet das? Ach du ahnst es nicht. Gebratenes Fleisch. Ein Vogel ist dazwischen geflogen oder das war kein Nähmchen. Du bist gemein. Das ist so geil. Besonders wenn sich das Feuer ein bisschen ausbreitet und dann im Moment der Vogel ist oder so. Ja. Das ist schon gemein. Gebratenes Fleisch. Warum bin ich gemein? Warum? Tau rum. Nö. Tum, 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 tum. Sack. Warte, mal Wendekosten. Vier. Ne, ich fand... Zehn, schon Verbrauch. ach die scheiß stroh ist immer so wenig ist immer nervig ich würde schon gern die kaninchen wenn wir zu viele haben irgendwo reinsetzen mit dem in den sack gehen dann später können wir auch so eine stelle bauen ja aber das dauert wirklich lange weil du so einen plan brauchst dafür was ich gefunden habe war den bummerang aber der ist nervig du musst du mitten genau wenn er vor dir ist muss er den auffang ne ich weiß der ist so scheiße oder hat den kriegel gestorben kommt das denn du hast du wieder was abgefackelt und der tag geht gleich um der zentere meddling ist auch gestorben warum denn so früh alles weiß er nicht was man was man auch machen kann sind so kleine zwischenlager bei dem wurmloch zum beispiel ist ganz gut das wurmloch ist nicht so weit weg das geht ja aber das andere also wurde rauskommt ist eigentlich ganz gut wenn da wenn da steine nähe sind und das bei den steinen viel aufbauen gute tipps von flash vielleicht der tipps von flash ach man zum hallo ne den nicht ausgaben den nehmen wir nur mit kann es gesagt kann man das bienest auch einfach denn nein ich glaube nicht doch das bienest brennt warum machst du sowas ich wollte ausprobieren ob das funktioniert und es kamen keine killer bienen raus aber es bleibt nur noch häufig in asche davon über naja das ist natürlich blöd der honig wäre mir lieber ja glaube ich dir das ist ja gar nicht aber du popst gerne bienen ich weiß ja ich will keine fackel bauen aber ich muss die bienen greifen wir nicht an dann na komm ich renne hoch sollte ich hoffentlich ohne fackel schaffen ach schaffst du nicht naja glaube ich schaffe ich auch nicht ich renne hier grad wieder durch die gegend ah da ist das lager doch wo ist das gleich dunkel ja da muss schnell feuer reinschmeißen 1 2 was ist 2 so so ist das geil da wo noch paar blümchen rein was haben denn die gebratenen roten pilze gebracht ohu war die nicht sogar dass die herzen weniger gemacht haben nö die bringen herzen hoch machen das zirn runter man sollte sich das echt mal ausschreiben ne mhm das wichtigste auf jeden fall und grüne gebratene pilze machen das umgekehrt ok also bringt das nix was nicht wirklich einmal wand zweimal wand das bringt nicht wirklich was das bringt nicht wirklich was wo hat man das dunkel ist wenn du grad woanders bist so 32 wände schon wieder da kommen wir tag und dann können wir wieder weitermachen lassen wir nach ne stunde erstmal aufhören ja cutten klar den d d d den knapp ne viertel stunde naja ja ich glaube 2 minuten oder 3 minuten haben wir vorher schon oder lief meine aufnahme schon Ich hab keine Ahnung, wie das so heißt. Du, du, du. Wurde auch Zeit. Der Baum ist jetzt hier gerade mein Weg. Oh, ich hab nen Bart. Oh. Du bist der Bartman. Du bist jetzt Bartmann. Haha. Ja, ich weiß, ich war wieder ein schlechter Witz. Du bist immer ein schlechter Witz. Es brennt. Ich wäre lieber eigentlich, wenn das wieder so ein riesiger Wald war wie beim letzten Mal. Ja, damit du wieder richtig viel Holzkohle rauskriegst. Hörst du noch? Ich bretze wieder nur alles ab. Hä? Ist nicht gut. Ich bin irgendwo ganz weit unten. Da stört das nicht. Okay. Da stört das überhaupt nicht. Ich kann lieber weiter weg vom Lager. Mach das dann da. Oh. Nicht wegschmeißen. Ach so. Die krieg ich da hinten die Lücke jetzt zu. Das ist die Frage. Oh. Dafür liegt ja Fleisch rumgebratenes. Hm. Wie kommt denn das? Oh, diese Ziele. Nicht gar nicht wissen. Aber dran liegt anders mit einem. Sonst habe ich auch mal so hoch aufgenommen. Vielleicht muss ich doch die... Ähm... FBs wieder runterstellen. Ja. Kannst du ja mal ausprobieren. Oder die Codierung etwas niedriger stellen. Versuch wärs. Aber man kann immer noch hinten in die Lücke rein. Okay. Ein bisschen blöd. Weil ich sonst auch immer mit 20 aufkomme. Boah. Das ist jetzt dauerhaft. Grad wieder. Ich weiß nicht woran es... Woran schließe ich da? Keine Ahnung. Und aufpassen dass die Aufnahme nicht dadurch... So anfängst zu stoppen. Was ich schon mal hatte. Äh. Nicht reparieren. Boah. Das ist ein bisschen extrem. Extremliiii. Extremiiii. Nöö. Nur Wände setzen. Komm mal zurück. Ich hab 40 Holzkohle dabei. Oh, das ist natürlich geil. Was ich denn da... Oh, jetzt ist die Karte weg. Nöö. Ich hab die Map aufgemacht und dann ist sie wieder weg. Ja, das hatte ich vorher auch. Und jetzt ist sie wieder da. Ja, das hatte ich nicht. Einfach nochmal neu aufgemacht und aufgemacht wieder. Ah, okay. Und war die da. Merkwärdig. Boah ey. So, was war. Die letzten bleiben ein bisschen zu heftig. Eins. Zwei. Oh. Ich brauch noch zwei Dinger. Dann kann ich noch ne dritte Fackel aufbauen. Ach ne dritte Falle. Fackel. Dann bist du auch so ne Fackel. Fackel am Kopf. dough. Knickle gib mir euer Fleisch. Äh. Gehen wir mohsend rum. Dim 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 dim. Dim dim. De 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 de. Hi. Hallo. Wo sind denn da sind die viele Löcher? Ja, ihr hattest so... Hier steht er aus dem Kaninchen? das netz ist alles kaputt gegangen ja weil es nur noch 13 prozent hatte ja ich hab das bei mir ein stroh aufsammeln hier ist man schon wieder dunkel wo man zurück ins lager das ist doch nicht wahr ich hab 60 holzkohle äh 50 holzkohle meine ich gucken was soll daraus dafür ist ja eine truhe jetzt voll ist egal birdtweb hallseiber schlafsack komm hoch warum warum lass mal jetzt mal cut machen weil bei mir ist das echt gerade zu extrem dann würde ich aber es noch verändern ja das merkwürdig ach den baum nehme ich hier damit der sieht so traurig aus hier so trauriger baum klopp klopp ich bin der kloppe mann so ist er denn bei bei der karotte da auf wir nach der war oben bei werkzeug die öffnen mach ich mir noch mal schnell so plant 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 So Wollen wir schon mal 20 von den Dingern hier stehen? Aber gut Leute, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt kurz nen Cut Bis später, tschau tschau Tschüss